Die beste Show der Welt. So würde meine aussehen. Eine Show für quasi 100 Shows drin. Alter, ist das geil hier! Wuuuui! Delfine? Eine neue Samstagabendshow. Ne fette Katze am Klavier, ich kann nicht mehr. Ne fette Katze am Klavier, ne? Ja. Was glaubst du denn eigentlich, warum das noch keiner vor dir gemacht hat? Weil die nicht so ein kleines Klavier gefunden haben. Ja, das wird's gewesen sein. Danke. Die beste Show der Welt. Samstag, 30. April. ProSieben.